Schön, dass du wieder hier bist. Hier in diesem Video beantworte ich eure Fragen über Facebook und Instagram über die Freimaurerei. Und ähnlich wie in meinem vorherigen Video über die Freimaurerei, ich werde es hier oben verlinken, gilt auch hier vorab eine Sache ganz besonders. Wenn ich eure Fragen beantworte über die Freimaurerei, rede ich nicht stellvertretend oder für die Freimaurerei im Allgemeinen, viel eher rede ich über meine subjektive Interpretation auf die Freimaurerei bzw. über die Freimaurerei. Das ist ganz wichtig zu sagen, denn bei all den Fragen verhält es sich so ein bisschen wie im sozialen Kontext. Man sagt, was Klaus über Peter sagt, sagt mehr über Klaus als über Peter. Und genauso ist es wahrscheinlich hier, wenn ich auf eure Fragen eingehe, geben die Antworten, die ich darauf gebe, höchstwahrscheinlich mehr Auskunft über mich als Person als über die Freimaurerei als Organisation. Nichtsdestotrotz würde ich vorschlagen, fangen wir direkt an. Und so oder so bin ich natürlich trotzdem stets bemüht, alle Fragen so umfassend und natürlich auch objektiv wie möglich zu beantworten. Frage Nummer 1 wurde in ähnlicher Weise mehrfach gestellt. Einmal von Andrea Appel auf Facebook, dann eine ähnliche Frage von Dalamann117 auf Instagram, sowie von MiriamSZEW, ebenfalls auf Instagram. Und zwar, wie bist du dort hingekommen bzw. wie wird man einer bzw. wie wurdest du angefragt bzw. eingeweiht? Und zuallererst sei gesagt, dass sich seit Ewigkeiten das Gerücht hält, dass man als Freimaurer auserkoren wird, dass man einberufen wird, auserwählt wird, dass man vielleicht eines Abends an nichts Böses denkt, durch die Innenstadt geht und auf einmal kommt jemand von hinten und sagt, ey du, ja, genau du. Aber dem ist nicht so. Tatsächlich ist es so, dass sich auch die Freimaurerei als traditionelle Organisation in den letzten 300 Jahren weiterentwickelt hat und potenziell erstmal die Türen offen hat für alle, die aufrichtiges Interesse bekunden. Viel eher verhält es sich so, wie es schon in der Bibel steht, suchet, so werdet ihr finden, bittet, so wird euch gegeben, klopft an, so wird euch aufgetan. Das heißt, die Freimaurerei geht nicht, so wie manch andere Organisationen oder Vereine das tun mögen, in der Regel aktiv auf Mitgliedersuche und versucht auch keinen zu missionieren oder zu bekehren oder whatever. Es ist eher so, dass die Freimaurerei als potenzieller Weg, vielleicht der Selbsterkenntnis, für alle theoretisch zur Verfügung steht, die aufrichtig interessiert sind und sich von sich aus auf die Suche begeben. Natürlich heutzutage auch über modernere Wege. Die Freimaurerei ist flächendeckend fast im Internet vertreten. Es gibt Telefonnummern in Telefonbüchern. Man kann sich an die Venn über Telefon, über E-Mail und es gibt mittlerweile, glaube ich, sogar die ersten Aufnahmen in Deutschland, die zustande gekommen sind über Kontakte von mir auf Instagram. Also jeder, der mit mir da geschrieben hat über das Thema, wird wissen, auch da leite ich niemanden dazu an, dabei zu treten. Im Gegenteil, ich bin eher ein bisschen verhalten und rede über meinen Eindruck, aber am Ende des Tages muss jeder natürlich selbst entscheiden, ob das interessant für ihn sein könnte oder nicht. Das heißt, man wird weder einberufen noch auserkoren, sondern man hat die Möglichkeit, sich initiativ auf die Suche zu begeben und dann wird man in der Regel auch Antworten finden. Die nächste Frage stammt von Nick VLDR. Welche Voraussetzungen muss ein Kandidat mitbringen? Generell sollte man ein freier Mann von gutem Ruf sein, frei in dem Sinne, dass man nicht abhängig ist, nicht abhängig zum Beispiel vom Staat, von den Eltern, weitestgehend frei, um auch frei agieren zu können und frei denken zu können. Denn Osho als spiritueller Guru hat so gesehen nichts mit der Freimaurerei zu tun, aber hat mal gesagt, er sei der Guru der Reichen. Und das hat er nicht gesagt, weil er sich davon erhofft hat, und dadurch möglichst viel selbst monetär zu profitieren. Vielleicht auch. Aber primär hat er das gesagt, weil wenn du abhängig bist oder angewiesen bist auf die Hilfe anderer, wenn du vielleicht die ganzen Tage deinen Kopf voller Sorgen hast, wie du die nächste Rechnung bezahlst und ähnliches, dann wirst du wahrscheinlich wenig mentale Kapazitäten haben, um wirklich aktiv an dir selbst arbeiten zu können, dir vielleicht die großen Fragen des Lebens zu stellen, wo du herkommst, wo du hin möchtest und ähnliches, sondern wahrscheinlich mit ganz anderen Themen beschäftigt sein. Und das wäre wahrscheinlich dann weder in deinem Sinne noch im Sinne der Freimaurerei, dich dann mit diesen Dingen auseinandersetzen zu lassen. Das heißt, du solltest frei sein, das ist eine Voraussetzung, du solltest einen guten Leumund haben, keine Einträge im Führungszeugnis wären lobenswert. Das sind wichtige Schritte, wichtige Punkte. Darüber hinaus ist es mit Sicherheit von Vorteil, wenn du dich generell mit den Werten der Freimaurerei identifizieren kannst. Also wenn du sagen würdest, Mensch, ich bin generell eher so ein intoleranter Mensch, der mit Menschen im Allgemeinen nicht viel anfangen kann, Menschen nicht wohlgesonnen ist. Und ja, mit Brüderlichkeit und Freiheit sind auch keine Sachen, mit denen ich mich generell identifizieren kann. Dann wäre wahrscheinlich die Freimaurerei als Verein nicht unbedingt die erste Wahl wahrscheinlich, aber höchstwahrscheinlich würdest du dann jetzt auch dieses Video nicht gucken. Von daher, das sind so im Groben erstmal die Sachen, die ein Kandidat in Anführungsstrichen mitbringen muss, was meiner Meinung nach ganz besonders wichtig ist, ist die Bereitschaft, an sich selbst zu arbeiten. Wenn du da hinkommst mit der Einstellung, ich bin perfekt so wie ich bin, ich weiß schon alles, dann ist das wahrscheinlich auch nicht der richtige Ort. Und wenn du da hinkommst, weil du dir erhoffst, materiell oder finanziell davon zu profitieren, dann wird die Freimaurerei ebenfalls nicht der richtige Ort für dich sein. In allen anderen Fällen stehen die Türen generell offen. Man kann jederzeit dort anklopfen im übertragenen Sinne und nachfragen alles, was einen interessiert. Einfach bei Google reinhauen, Freimaurerloge in der Nähe oder whatever. Der Rest ergibt sich dann von alleine. Das ist natürlich eine vollkommen logische und berechtigte Frage. Egal, ob man sich mit Religion, Organisation oder irgendwas beschäftigt, ist natürlich die Frage, die darüber steht als erstes erstmal, was machen die überhaupt? Er gibt total Sinn, lässt sich bei den Freimaurern weniger gut beantworten. Das liegt primär daran, dass die Freimaurerei zuwider vielen anderen Organisationen nicht so strikte Dogmen hat. Das heißt, selbstverständlich haben auch wir die eben genannten Werte, unter anderem mit denen wir uns identifizieren, eine humanistische Einstellung, Menschenliebe, Toleranz, Brüderlichkeit, Freiheit, unter anderem sind Werte, für die wir stehen, mit denen wir uns identifizieren können. Aber darüber hinaus gibt es wenige strikte Dogmen, strikte Regeln, Verhaltensregeln im Sinne von Tu dies, das ist gut, das ist schlecht, das darfst du auf keinen Fall machen, das kannst du machen. Das wird zu einem großen Teil der subjektiven Interpretation Moment, der Fokus ist weg der subjektiven Interpretation der Brüder im Allgemeinen bzw. im Speziellen überlassen. Das heißt, es gibt jetzt keine allgemeine Ideologie, die die Freimaurerei im Allgemeinen verfolgt. Dominique Berst-Zieg, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, vermutlich nicht, fragt, gibt es da bestimmte Verhaltensregeln? Also generell sind wir angehalten dazu, die Gesetze des jeweiligen Landes zu befolgen, sowie wir natürlich auch dazu angehalten werden, nach außen hin, die Werte zu vertreten und zu leben, für die die Freimaurerei als Organisation ein Stück weit steht. Das heißt, es wäre wenig sinnvoll, wenn wir da an uns arbeiten, für Werte einstehen, mit uns selbst beschäftigen und für Menschenliebe im Speziellen und dann rausgehen und da irgendwie den nächsten Typen einer an Latz hauen oder sowas. Das erschließt sich, denke ich, von selbst, aber ansonsten gibt es keine großen Verhaltensregeln. Es ist nicht so wie in der Kirche beispielsweise oder in manchen Kirchen oder religiösen Gemeinschaften, wo es heißt, du darfst kein Alkohol trinken, keinen Sex vor der Ehe etc. Das ist bei den Freimauern nicht der Fall. Patrick Semrau hat gefragt auf Facebook über die Netflix-Serie Die Geschichte der Freimaurer, was ich darüber denke, ob das in etwa das widerspiegelt, was ich erlebt habe. Und fast dieselbe Frage fragt auch Jan Leuschke auf Instagram. Ich habe sie, um ehrlich zu sein, vor einigen Jahren geguckt oder vor einiger Zeit geguckt und habe jetzt eben nochmal reingeguckt. Die Ausschnitte, die ich eben gesehen habe und das, was ich aus dem Gedächtnis heraus sagen kann, ist es definitiv repräsentativ. Also natürlich spielt es in England und lässt sich vielleicht nicht alles jetzt eins zu eins auf Deutschland übertragen, aber es gibt mit Sicherheit einen ganz guten Eindruck. Ich würde jetzt auch nicht alles zu 100% unterschreiben, was die Brüder da in dem Video gesagt haben, aber so ganz allgemein betrachtet gibt das einen guten Eindruck wieder über die Freimaurerei im Allgemeinen. Trattoria da Sergio, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, hat gefragt, welche Logen hast du schon alle besucht im In- und Ausland? International bin ich wenig rumgekommen im freimaurischen Kontext bisher. Ich habe einen Bruder besucht auf Mallorca beispielsweise, aber in Logen war ich bisher nicht im Ausland und in Deutschland bin ich ganz gut rumgekommen. Ich war in Leipzig, ich war in Dresden, ich war in Berlin, in München-Gladbach, ich war in Hamburg, im Harz war ich, Bielefeld, also da kam einiges zusammen und ich habe mit Sicherheit noch einige jetzt vergessen. p.prbst fragt, bist du auch in den roten Graden? Also für diejenigen, die sich nicht sehr intensiv bisher mit der Freimaurerei beschäftigt haben, es gibt ein Gradsystem, die unteren Grade, Lehrling, Geselle, Meister, wird die blaue Freimaurerei genannt und ab dem vierten Grad bis, je nach Obedienz, bis zum zehnten, elften Grad oder 32, 33. Grad wird die rote Freimaurerei genannt. Ich befinde mich nicht in den roten Graden, was aber primär ein Zeitfaktor ist. Also ich wurde angefragt, ob ich dort teilnehmen möchte vor zwei, drei Jahren und habe den vorübergehend aus Zeitgründen leider absagen müssen. Generell ist es eine Möglichkeit natürlich, die ich in Betracht ziehe. Es ist eine Zeitfrage und sofern es die Zeit zulässt, bin ich guter Dinge, da in den nächsten Jahren beizutreten. Max-R.171 fragt auf Instagram Ich würde gerne wissen, ob die Freimaurerei sich als Religion sieht. Nein, das tut sie nicht. Die Freimaurerei ist in Deutschland per Definition ein eingetragener Verein und es gibt unterschiedliche Strömungen innerhalb der Freimaurerei. Manchen sagt man nach, eher christlich angehaucht zu sein, aber eine Religion ist die Freimaurerei definitiv nicht. Führen die Freimaurer wirklich die Weltregierung an und wollen uns alle zwangsimpfen? Will Bunkerwissen auf Instagram? Ne, ich denke nicht. Aber wissen tue ich es natürlich nicht. Die nächste Frage kam von Osan Mannheim, ebenfalls über Instagram. Und zwar, was hat die Freimaurerei in deinem Leben bewirkt und ob ich ein Beispiel nennen könnte? Ich glaube, die Freimaurerei hat nicht immer, aber oftmals auf mehreren Ebenen Einfluss auf das eigene Leben. Das ist zum einen das reine Rituelle oder Spirituelle in meinem Fall. Ich glaube, ein wesentlicher Faktor bei den freimaurerischen Ritualen ist, dass man diese Rituale höchstwahrscheinlich nach dem Beitritt sein Leben lang in einem gleichbleibenden Rhythmus wiederholt, wahrscheinlich bis zu seinem Tod oder solange es die Gesundheit zulässt. Ich glaube, gerade die Wiederholung von immer selben Ritualen ist ein wesentlicher Faktor bei der eigenen spirituellen Entwicklung. Es ist weniger so, wenn man sich spirituell entwickelt, dass es darum geht, immer neues Wissen anzuhäufen. Wir kommen nicht über das Denken zum Sein. Es gibt viele Freimaurer, die sich zum Ziel machen, Wissen anzuhäufen, die ja jede Jahreszahl nennen können, wann was gegründet worden ist, welche Loge von wo abstammt und so weiter, aber vielleicht unter Umständen entfernt davon sein mögen, sich selbst zu erkennen oder zu wissen, wer sie selbst sind. Sie können auf intellektueller Ebene vielleicht viel darüber erzählen, aber sind vielleicht unter Umständen immer noch ein ganzes Stück entfremdet von sich selbst. Vielleicht ist das bei mir sogar auch der Fall. Es ist mir nur eben dadurch unter anderem auch bewusst geworden, dass ich eben mit meinem Verstand, mit meinem Intellekt nicht dahin vordringen kann, wo ich eigentlich hin möchte. Das heißt, das ist eine der tiefsten Erkenntnisse, die ich bisher gewinnen konnte. Die Selbsterkenntnis ist nicht über den Verstand zu realisieren. Das ist der spirituelle Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich die Bruderschaft selbst, das heißt die Mitglieder untereinander. Und da würde ich gerne direkt ansetzen an die nächste Frage, die nämlich auch in die Richtung abzielte. Und zwar wurde die Frage gestellt von Besteht wirklich eine Bruderschaft, in Klammern im Sinne von Blut ist dicker als Wasser, von Mert Sheffrey. Wahrscheinlich so ausgesprochen. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das bedingungslos immer der Fall wäre. Denn natürlich gibt es, wie in jedem Verein, mal mehr Sympathien, mal weniger Sympathien. Ich denke, das ist normal. Aber ist es schon so, dass alleine durch das Initiationsritual, wo jeder Bruder dasselbe oder ähnliche Abläufe durchlaufen hat, ein ähnliches Szenario durchlaufen hat, nahezu dasselbe, so, dass die Brüder untereinander einen unglaublichen Vertrauensvorschuss haben. Also ich erinnere mich daran, dass ich ein Freimaurertreffen veranstaltet habe von jungen Freimaurern. Das erste war in Göttingen und da habe ich fünf, sechs, sieben Brüder getroffen, alle unter 33 Jahre alt, die mir zuvor noch nie begegnet sind. Und man ist sich begegnet und das war sofort, also man war sich sofort unglaublich vertraut, unglaublich offen, hatte ein mega Vertrauensverhältnis. Und ich glaube, das geht schon weit darüber hinaus, was eine klassische Vereinszugehörigkeit in anderen Vereinen so bieten könnte. Also wenn ich jetzt mit dem im selben Hühnerzuchtverein wäre oder man zusammen auf dem Fußballspiel Bier trinken geht, kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein extremes Vertrauensverhältnis herrschen kann, wie es hier der Fall ist. Mag mich aber täuschen. Von daher, natürlich gibt es auch mal hier mehr Sympathien, mal da weniger, das ist normal, aber es ist schon so, dass eine extreme Verbindung zueinander besteht und das ist auch, so, Licht ist ausgegangen, aber genau das ist auch die Idee dahinter und das Ziel dahinter, ich drehe mich mal gerade um, so, die Idee einer Bruderschaft ist eben, diese Bruderschaft zu leben, zu erkennen, dass wir alle auf Augenhöhe sind, dass wir alle gleich sind, dass wir uns nicht wirklich grundsätzlich unterscheiden, nur weil einer irgendwie Anwalt ist, Politiker oder Hausmeister oder Elektroniker. wir sind alles Menschen, wir sind alle aus Haut, aus Knochen, wir haben alle ähnliche Bedürfnisse und diese Erkenntnis, dass wir alle gleich sind, dass wir durchaus im Leben auf verschiedene Eitelkeiten verzichten können, weil es wenig aussagt, über das, was wir eigentlich sind, wie viel Geld wir auf dem Konto haben oder was für einen Beruf wir nachgehen, das ist zusätzlich, glaube ich, ein Aspekt, der dazu führt, dass wir als Brüder untereinander wirklich eine Bruderschaft leben können, so wie es sein sollte. Das war's für dieses Video. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Ich wünsche dir nur das Beste. Weitere Fragen beantworte ich unten in den Kommentaren. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Adios.